Bei den Vorratstellen im Iran sammelt sich immer wieder Dreck an und es ist sehr schwierig, diese Situation zu bereinigen. Es bietet sich hier an, dass man das mindestens einmal im Monat mit dem Blausgerät reinigt. Wenn schon die Gehsteige in Meran mit dem Blausgerät gereinigt werden, müsste es auch hier bei den Vorratstellern möglich sein. Zumindest das ist eine Anregung an die Gemeinde Meran. Sollte Glocke 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 Untertitelung des ZDF, 2020